Zuerst wirst du das mal essen. Ja? Ja, du auch, Mama. Ja. Du schmeißt ihn ja auch immer so. Du musst nur einen Vogel sehen, dann kommen die jetzt nicht mehr auf, wenn es da was zu essen gibt. Boah. Halleluja. Schau mal, wenn du aufstehst. Da, guck mal. Hups, jetzt hab ich mein Essen. Ich bin 20. Genau das hebe ich für das zweite Glas auf. So. Ich will ja noch was bestellen. Das kriegst du jetzt? Du kriegst ja wieder etwas. Ja. Ich hab hier ja Teller. Fens, bleib mal. Da. Was machst du? Nein, nein. Nein, Papa. Ich hab da jetzt einen Film. Der macht da einen Film. Ich hab da los. Ich weiß, dir ist langweilig. Du machst mir eine Sauerei. Ja. Das Foto, wie du Eiswürfel massakrierst, das kommt nach YouTube. Nein. Können deine ganzen Klassenkameraden dann sehen. Nein, danke. Doch, ich mach das jetzt. Nein. Jetzt hat's ein Drink. Mit der Kamera kann ich das direkt auf YouTube hochladen. Nein, 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 nein. Und da bleibt das. Im Internet geht nichts verloren. Das kannst du mir in 30 Jahren noch da ansehen und von deinen Freunden um die Ohren hauen lassen. Nein, nein, nein. Mach weiter, los. Ich hab was bekommen. Das hat's gerade runtergekommen. Los, komm. Nein, 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 nein. Trotz mal. Trotz mal. Trotz mal. Trotz mal. Das warst du. Von mir. Ich nehme dich auf. Danke, Mama. Danke, Mama. Ja, das war's.